. Geh mal her. Was ist denn das da, bei euch? Der Italiener, was soll denn das? Das ist kein Italiener nicht. Das ist ein Griech von Griechenland. Kein Italiener nicht? Nein. Ein Griech von Griechenland. Und wo schläft der? Im Moment bei mir im Zimmer. Weil in dem Sein da ist der Anstreicher drin. Und oder geht mit dir? Der kann doch nichts reden. Aber zum Schlafen, da zieht er sich aus. Auch wenn er allein schläft. Ganz? Vor dir? Und wie schaut er aus? Besser wie mir. Wie besser? Besser baut ist er. Wo? Am Schwanz. Ich geh in die Wirtschaft. Ich auch. Wanderer. Ich geh in die Wirtschaft. Ich geh in die Gewicht an. Ich geh in die Würze. Vielen Dank.